Die Gau-Liga Bayern 1941-41 war die achte Spielzeit der Gau-Liga Bayern im Fußball. Im zweiten Kriegsjahr begann man im Sportbereich Bayern aus verkehrstechnischen Gründen zunächst in zwei Staffeln, Nord und Süd, weshalb die Zahl der Mannschaften auf insgesamt 13 aufgestockt wurde. Nach dem vierten Spieltag kehrte man aber Ende Oktober zum eingleisigen Modus zurück. Der TSV 1860 München hatte den Gewinn seiner ersten Gau-Meisterschaft vor allem seiner torgefährlichen Sturmreihe zu verdanken. Denn nicht zuletzt die 83 erzielten Treffer in 22 Spielen sorgten bis Saisonende für den deutlichen Vorsprung von vier Punkten auf Titelverteidiger Nürnberg. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft scheiterten die Löwen allerdings in der Vorrundengruppe am späteren Meister SK Rapid Wien. Abgeschlagen auf den Abstiegsrängen landeten der VFR 07 Schweinfurt und Neuling Würzburger Kickers. Der TUSP V 1883 Nürnberg hatte seine Mannschaft bereits im Dezember nach acht Niederlagen in Folge vom Spielbetrieb zurückgezogen. Als Aufsteiger zur Runde 1941-42 setzten sich die beiden Fusionsvereine Reichsbahn SSV G. Weiden und Eintracht Franken-Nürnberg durch. Der SSV Schwaben Augsburg fusionierte am 14. Juni 1941 U. A. mit dem TV 1847 Augsburg zum TSV Schwaben Augsburg. Der TUSP V 1883 Nürnberg zog seine Mannschaft am 20. Dezember 1940 vom Spielbetrieb zurück. Die bereits ausgetragenen Spiele wurden annulliert, sind hier zur Dokumentation dennoch aufgeführt.